Hallo und herzlich willkommen zu Volker Fragt. Ich bin der Volker Schütz, der Chefredakteur von Horizont und will heute der Frage nachgehen, muss der Kapitalismus, wie wir ihn kennen, radikal verändert werden? Das ist eine große Frage, aber ich stelle sie auch jemandem, der in seiner Zeit als Werber immer groß gedacht hat. Ich brauche ihn wahrscheinlich gar nicht groß vorzustellen. Er ist einer der berühmtesten Werbekreativen der Welt. Ich weiß nicht, wie viele Preise er gewonnen hat. 2000 mehr als 2000 Preise. Er wurde mehrfach Kreativchef des Jahres. Und er ist ein Mann, der, wie gesagt, groß denkt und groß spricht und wenn es sein muss, dann auch mal laut spricht. Amir, herzlich willkommen. Hallo Volker. Wie geht es dir? Blendend. Blendend. Quarantäne einigermaßen überlebt. Es gibt schlimmere Orte, um Quarantäne zu haben als hier auf der Insel. In Ibiza. Aber, nee, nee, alles gut. Alles gut. Prima. Du hattest in Facebook vor kurzem Folgendes gepostet. Ich lese es mal vor. Qualitatives Wachstum. Zeit, das System neu zu definieren. Angefangen mit drei neuen Unternehmungen. Lasst uns die Welt rocken. Und in diesen kurzen Sätzen steckt eigentlich schon drin, was ich mit dir jetzt eigentlich diskutieren will. Nämlich zum einen, welche Unternehmungen hast du eigentlich gegründet? Ein bisschen erzählen, was du da machst. Warum ist es deiner Meinung nach denn jetzt die Zeit, das System neu zu definieren? Und drittens, wie sieht denn diese Neudefinition überhaupt aus? Fangen wir vielleicht bei der einfachen Geschichte an. Welche Unternehmen hast du denn gegründet? Naja, ich habe ja, du warst ja immer aktiv dabei. Wir haben uns ja über Jahre miteinander unterhalten. Ich habe immer schon gesagt, es wird irgendwann mal einen Punkt geben, wo ich aus der Werbung-Marketing-Szene mich aktiv verabschieden werde. Und ich hatte das Glück, dass ich über die Jahre und Jahrzehnte nebenbei noch andere Dinge geliebt habe oder meine Leidenschaft dafür gebrannt habe. Eins war Architektur, das andere war Fashion. Und wie der Entschluss kam letztes Jahr eigentlich, Ende letzten Jahres, wirklich definitiv aus der Werbung rauszugehen, war es auch klar, ich bin zu jung oder auch zu hibbelig, um einfach nur herumzusitzen und die Füße hochzulegen. Also habe ich gesagt, vielleicht ist das die richtige Zeit, darüber nachzudenken, aus der Hobby oder aus der Leidenschaft was Ernsthaftes zu machen. Deswegen habe ich jetzt drei Firmen aufgesetzt, aber auch da wieder alle drei eher mit dem Anspruch und mit dem Ziel auszuprobieren und Spaß zu haben und Sachen anders anzugehen und herauszufinden, ob das funktionieren kann oder nicht funktionieren kann. Also weniger jetzt den Druck zu haben, beweisen zu müssen, dass es funktioniert. Und ich glaube, das ist die richtige Haltung, auch sowas anzugehen, in Bereichen, wo man halt wenig Erfahrung oder keinen Track Record hat. Das eine ist eine Architektur- und Designfirma, wo es um Immobilienentwicklung, Restaurierung, Renovierung, Design geht, auf der einen Seite. Auf der anderen Seite geht es darum, eine Plattform zu schaffen für junge Designer weltweit. Aus dem Bereich Industriedesign, Furniture-Design, Interior-Design, die zwar unglaubliche Qualität liefern, aber halt die Vertrieb- und Marketingplattform gar nicht haben, um sich selber sozusagen in die Szene zu setzen und einen Markt zu schaffen und denen zu helfen dabei, die ins Scheinwürferlicht zu stellen. Das ist die eine Firma, die ich jetzt angefangen habe aufzubauen. Das Zweite ist eine High-End-Street-Fashion-Marke, die sehr, sehr polarisieren und provozieren wird, wie du mich kennst. Kannst du dir ungefähr vorstellen. Da werden alle schreien. Da kann ich auch nicht mehr verraten, aber ich werde dir sicher exklusiv aus einer der ersten weltweit sagen, warum es geht. Aber da werden sehr, sehr viele Leute in Deutschland schreien, wenn das kommt. Aber auch da geht es nicht nur um ein Konzept im Sinne von einer Fashion-Marke, die ein Message hat, sondern auch kann man Fashion ganz anders angehen. Kann man Fashion substanzieller angehen, qualitativer angehen, in einer Werkwerkgesellschaft, wo es immer um billiger und schlechter geht, kann man da eigentlich etwas hinstellen, wo die Leute auch erkennen, erfüllen und nachempfinden, dass man auch Fashion machen kann, ohne die Welt zu zerstören, dass man Fashion machen kann, ohne die Ressourcen, sage ich einmal, in die Enge zu treiben und auch damit ein Message zu setzen. Das ist das Zweite, was ich vorhabe. Und das Dritte ist eine Beobachtung, und das wird dir wahrscheinlich auch aufgefallen sein, ich meine, Corona war der Brandbeschleuniger dafür. Wenn man sich die Medienplattformen ansieht, gerade die Streaming-Dienste, die haben durch Corona natürlich einen massiven Schub bekommen, aber ich glaube, dadurch, dass Corona auch das Digitalisierung sehr schnell nach vorne treiben wird, werden diese ganzen Content-Plattformen vehement an Einfluss und an Macht gewinnen. Ob es Amazon Prime ist, ob es Netflix ist, ob es Apple TV ist, ob es Disney Plus ist, was ihnen sehr viele von denen fehlt, wenn man sich wirklich durch ihre ganzen Bibliotheken geht und das ganze Content mal einmal kritisch ansieht, ist qualitativ hochwertiger Content. Also vielleicht 10, 5 bis 10 Prozent der Content, den du auf Netflix findest, ist wirklich konsumierbar oder hat in irgendeiner Art und Weise Substanz. Um da hinzugehen und mit der Kreativität und mit den richtigen Partnern darüber nachzudenken, kann man nicht andere Konzepte definieren, kann man andere Art von Content produzieren. Und es geht mir jetzt nicht in erster Linie um Branded Content, also es geht nicht darum, das in Auftrag von Kunden zu machen, sondern eigentlich es so zu machen, als ein Think Tank, wo man hergeht und sagt, man hat Ideen und Konzepte und man pitcht die ganz normal an diesen Streaming-Diensten oder Produktionsfirmen mit der Hoffnung, dass da auch Leute sitzen, die Qualität hochschätzen und wertschätzen, mit denen man dann gemeinsam diese Konzepte auch in die Realität umsetzen kann. Das ist so jetzt in grob gesagt jetzt die drei Firmen, die ich jetzt gegründet habe und mit denen ich jetzt irgendwie losmarschiert bin. Drei Firmen auf einmal. Ist es nicht viel, selbst für jemanden, der von Natur aus auf Koks ist, wie du dich mal in der Welt besuchen hast? Ja und nein. Aber wie gesagt, wie ich es vorher gesagt habe, ich glaube, es geht um Ausprobieren. Ich glaube, es ist sicher eine Spielwiese zu bauen. Und wie gesagt, ich war immer schon sehr, sehr multidimensional unterwegs, auch in der Zeit, wo ich Werbung und Marketing gemacht habe. Weil wir natürlich in der Werbung und auch als Kreativer inspiriert waren von unterschiedlichen Bereichen der angewandten Kreativität. Und ich will das einfach testen. Ich will auch alles drei zeitgleich loslegen, um rauszufinden, was hat denn davon wirklich Substanz und was funktioniert und was ist nur eine geisteskranke Idee in meinem Kopf, der eigentlich überhaupt keine Relevanz da draußen hat. Aber das Schöne ist, wie gesagt, wenn man den Druck eben nicht hat, zu sagen, man muss es jetzt irgendwie zum Erfolg führen, man muss was beweisen, läuft auch einiges leichter und man geht auch, glaube ich, entspannter damit um, auch in anderen Zeithorizonten, als wenn man jetzt wirklich sagen müsste, ich muss jetzt irgendwie beweisen, dass ich den größten Content-Production-Kompanie der Welt aufsetzen muss, dann ist das, glaube ich, der Druck ein anderer. Vor dem Hintergrund ist es eine Spielwiese. Ich probiere da mal aus und dann schauen wir mal, was passiert. Eine Sache wollen wir uns vielleicht mal gerade kurz anschauen, nämlich das Designprojekt. Da gibt es ja schon eine Arbeit, ich weiß gar nicht, hat die einen Preis bekommen? Ja, die hat schon vier internationale Architekturpreise gewonnen, genau. Eine wunderschöne Loft, wirklich, ich habe es mir angeschaut am Wochenende und rumgeblättert, sieht wirklich toll aus, aber darf ich eine ketzerische Frage stellen? Ja. Wir können uns ja auch ein bisschen drüber unterhalten, okay, was muss eigentlich sich im System verändern? Wie ist das denn, kann man Luxus eigentlich noch guten Gewissens anbieten in einer Zeit, wo Volkswirtschaften kollabieren und soziale Konflikte explodieren? Ich glaube, ja, ich mache mir klar, wie ich dich kenne, dass die Frage kommt. Für mich ist es, für mich ist auch die Definition von Luxus eine andere. Ich glaube, es geht nicht mehr Luxus darum, wie viel Geld du hast und wie viel Geld du aus dem Fenster schmeißen kannst, sondern eigentlich geht es darum, was kannst du aus den gegebenen Ressourcen, wie viel kannst du da rausziehen? Was für Erfahrungen und Erlebnisse kannst du schaffen? Und weniger, wie viel Geld kannst du verbraten in ein Architekturprojekt, damit es geil aussieht? Und da sind, zum Beispiel, das Projekt, was wir hier in Barcelona über zweieinhalb Jahre gemacht haben, ist ein gutes Beispiel, das ist eine alte Textilfabrik mitten in Barcelona, die 80 Jahre leer gestanden ist, wo keiner sich daran getraut hat, eigentlich da was draus zu machen und wir haben trotz unfassbarer Widrigkeiten, Baudenkmalarm, mit Restauratoren angefangen, wirklich das Ding einigermaßen DNA-treu aufzusetzen und etwas zu bauen mit verhältnismäßig wenig Geld, aber dass das dem Geist dieses Gebäudes widerspricht, die Historie wiedergibt, die Stadt nicht kaputt macht, aber auch ein gutes Wohngefühl da anbietet und haben es eigentlich für uns gemacht und offensichtlich ist sogar die Fachleute aus der Architektur und Designbereich sind so begeistert davon, dass sie uns jetzt sage ich mal internationale Auszeichnungen dafür geben. Du kennst meine Meinung über Preise, die sind mir jetzt nicht so in erster Linie wichtig, aber ich glaube, die Neudefinition von Luxus im Sinne von mehr Erfahrungen, weniger Geld ist etwas, was wir auch durch Corona alle bis zu einem gewissen Grad erlebt haben. Jeder hat sich die Frage gestellt, was brauche ich denn wirklich im Leben, um glücklich zu sein? Brauchen wir wirklich wie diese Hamster, die wir waren in dem Rad, hinter allem herzulaufen, weil das System, das uns vorgegaukelt hat oder gibt es eigentlich essentielle Dinge im Leben, auf die man sich konzentrieren sollte und ich hoffe, dass diese Bewegung und diese Verhaltensänderung nicht nur bei vereinzelten Leuten bleibt, sondern idealerweise bei immer mehr und mehr Leuten stattfindet und dann hast du natürlich auch eine Plattform und eine Basis und einen Markt, in so einem Angebot reinzugehen. Wie ist es denn, du hast ja gesagt, jetzt ist die Zeit, die Welt zu rocken oder lasst uns die Welt rocken. Warum ist gerade jetzt die Zeit, die Welt zu rocken? Ich meine, auch da, du kennst ja meine Meinung und meine provozierende und polarisierende Meinung der letzten 15, 20 Jahre. Ich glaube, das System oder das bestehende System war schon in den letzten zehn Jahren, spätestens seit der letzten Finanzkrise schon, gebeutelt, lass es dir mal so sagen. Es gab immer mehr und immer mehr Leute, die die Frage gestellt haben, wie lange kann das denn gut gehen, dass wir in einer Welt und in einem System leben, wo es immer um mehr, schneller und billiger ging und wo es um Gewinnmaximierung ging. Und ich glaube, was Corona gemacht hat, der Schock, den Corona mitgebracht hat, war, dass wir eigentlich dieser Trend, der da war, wirklich sich grundsätzliche Fragen zu stellen, das beschleunigt. Und ich glaube, ich bin kein Linksradikaler, ich glaube nicht, dass es eine bessere Alternative zum Kapitalismus gibt. Ich glaube aber schon, dass man Kapitalismus auf einem gesunden Niveau neu definieren konnte, wo es um Qualität, um das Beste aus den Ressourcen rausrollen geht und weniger, so wie wir das eigentlich die letzten 10, 15, 20, 30 Jahre gefrönt haben. Und vor dem Hintergrund, glaube ich, dass der Zeitpunkt der Richtige ist, sich Gedanken zu machen, nach vorne zu marschieren und schauen, ob es genug Mitstreiter gibt, die das ähnlich sehen. Glaubst du, dass es genug Mitstreiter gibt, wenn man sich jetzt gerade jetzt mal in der Welt umschaut, sieht es ja eher, ich sage mal so, nicht so positiv oder optimistisch aus. Ja, aber das ist ja genau, das ist ja das Interessante, wenn man sich die Historie der Menschen ansieht, wenn man vor 100 Jahren zurückschaut, die Weltwirtschaftskrise, die Industrierevolution, das waren ja auch immer so Zeitalter oder große Veränderungen, die passiert sind, auch in so Bruchlinien, wo die gesamte Gesellschaft eigentlich sich selber infrage gestellt hat, weil wir als Menschen ja, wie du weißt, Gewohnheitstiere sind. Und wenn auf einmal so viel Veränderung, so viel Schock auf dich zukommt, reagierst du normalerweise sehr irrational, sehr emotionsgeladen und da werden Ventile frei. Was gerade in Amerika zum Beispiel abgeht, und zwar nicht, ich rede die Reaktion, die gerade passiert, hat natürlich damit zu tun, dass das Thema Rassismus in Amerika immer noch nicht fundamental gelöst ist. Definitiv ja, aber ich glaube, die Art und die Heftigkeit der Auseinandersetzung hat auch damit zu tun, dass die Leute bis zu einem gewissen Grad auch lost sind. Du musst dir vorstellen, in Amerika sind über 38 bis 40 Millionen Menschen auf einmal innerhalb von sechs Wochen arbeitslos. Eine gesamte Wirtschaft ist kollabiert. Man hat es mit einem Virus zu tun, wo keiner dir wirklich sagen kann, haben wir jetzt das Tröbste hinter uns, kommt eigentlich die zweite, die dritte, die vierte Welle. Und gerade Schwarze und Afroamerikaner sind ja die, die wirklich benachteiligt sind in dieser Gesellschaft, die eben angeschlossen waren. Und du brauchst so einen Funke, damit halt diese Irrationalität dann auch wirklich in freien Lauf bekommen. Es ist begründet, die Reaktion, wie gesagt, aufgrund der nicht gelösten Probleme beim Rassismus, aber die Heftigkeit, glaube ich, hat auch mit dem zu tun, in der Zeit, wo wir leben und was wir alle selber erlebt haben die letzten zweieinhalb Monate, was keiner bis jetzt begreifen kann. Wird es auch das Ende so, sag ich jetzt mal, vom Turbokapitalismus aus Silicon Valley sein? Oder kann man es so nicht sagen? Ich hoffe, ich hoffe es, ich glaube auch die Technologieunternehmen, wenn du dir wirklich die großen vier oder fünf ansiehst und wirklich jetzt den Hype weglässt und über Substanz nachdenkst, wird auch bei den Technologieunternehmen aus dem Silicon Valley hoffentlich immer mal die Frage kommen, und welche von denen liefern etwas, was den Begriff oder das Adjektiv innovativ verdient hat im Sinne von Mehrwert und mein Leben besser machen und welche sind einfach Leute, die Technologie genutzt haben und auf diese Welle geserft sind und etwas gebaut haben, wo wir im Nachhinein sagen, ja, war nett und schön, aber eigentlich in so einer Welt, in der wir leben wollen, brauchen wir es nicht. Und ich glaube auch da wird hoffentlich dieser Reinigungsprozent stattfinden. Ich wünsche es mir. Ich wünsche es mir. Was würdest du denn dann sagen, also du bist ja auf Facebook aktiv und auf sozialen Netzwerken, sind das für dich Beispiele von Unternehmen, die zwar eine Technologie vorangebracht haben, aber jetzt nicht unbedingt das Leben der Menschen verbessert haben oder würdest du sagen, nee, doch die, Facebook ist innovativ, Google ist innovativ, wer ist denn dann? Aber Google definitiv, also Google ist für mich einer der innovativsten Unternehmen der Welt, wenn es um die Suchmaschine geht. Wenn man sich aber alles andere ansieht, was Google angefasst hat, ich glaube, die sind kein Produktunternehmen. Ich glaube, die haben super Schwierigkeiten, darüber nachzudenken, im Vergleich jetzt zu Apple oder zu Amazon, die aus der Produktlinie kommen, was gibt es außerhalb dieses Suchalgorithmus in dieser digitalen Infrastruktur? Da haben sie ihre Schwierigkeiten. Ich glaube, Amazon wird massiv an Bedeutung gewinnen, nicht nur, weil sie den Online-Handel revolutioniert haben und durch Corona massiven Schub gekriegt haben, sondern weil sie klug genug sind, diese digitale Infrastruktur Schritt für Schritt auszubauen. Auch bei denen ist eben die Frage, bei allen von denen ist die Frage, die Verantwortung, wie nutzt du denn deine Vormachtstellung? Wie nutzt du Technologie? Nutzt du die im guten Sinne, im Sinne von Mehrwert schaffen, die Welt ein Stück besser machen und das Leben von jedem von uns ein bisschen besser machen? Oder nutzt du sie in dem falschen Kontext, wenn man alleine über Facebook und die sozialen Medien redet und was das gesamte Thema Missinformation anbelangt? Und da glaube ich, werden sie immer mehr und immer mehr in die Verantwortung kommen, was auch gut ist. Was sind denn für dich neben Apple so Benchmark-Unternehmen? Wo du sagen willst, okay, hier gibt es auf der einen Seite Innovation, hier wurde auch das Leben der Menschen in bestimmten Segmenten deutlich verbessert. Oder müssen wir die erst noch etablieren nach Corona oder mit Corona? Ich glaube schon, dass Apple immer noch unerreicht ist, weil sie das einzige Unternehmen sind, das eigentlich dieses neue Kapitalismus ja schon qua Gründung immer gelebt hat. Es ging ihnen ja nie darum, wenn du dir das mal ansiehst, es ging ihnen ja nie um Marktanteile und um Wachstum um jeden Preis. Das ist ja alles passiert, also eine Konsequenz, weil sie unfassbar das Richtige zur richtigen Zeit für die richtigen Menschen gemacht haben und dementsprechend auch im Markt erfolgreich waren. Apple ging es nie um Marktanteile, die wollten nie die Größten sein, die wollten die Besten sein. auch die machen Fehler und auch die haben massive Fehler gemacht, sei es geschlossene Systeme, sei es nicht offen zu sein in der Zeit, wo Steve Jobs noch gelebt hat für gesellschaftliche Strömungen, weil sie sich auch abgeschlossen haben. Aber die sind ein sehr gutes Beispiel. Was Elon Musk gerade macht, finde ich spannend, obwohl ich bei Elektromobilität vorsichtig wäre, ich glaube, Elektromobilität ist die Zukunft, definitiv, aber ich glaube, bei Elektromobilität überschätzen alle die Geschwindigkeit. Ich glaube, dass es viel, viel länger dauern wird, bis wir flächendeckend Elektromobilität in einer Art von Massenmobilität erleben werden. Also du und ich werden es wahrscheinlich sogar bis an unser Lebensende in der Form, wie sie das alle prophezeien, nicht erleben, weil zur Zeit die Infrastruktur nicht da ist, die Batterietechnologie nicht da ist und auch das Preis-Leistungs-Verhältnis zu einem normalen Verbrenner nicht stimmt. Und am Ende des Tages, egal wie grün du bist, egal wie überzeugt du bist, dass wir die Umwelt schönen sollen, geht es ja auch bei den normalen Menschen auch ums Geld und wenn du jetzt doppelt so viel umgerechnet für ein Elektroauto bezahlen musst als für einen Verbrenner, da werden viele Leute abnicken. Ich glaube, da hat auch die Politik eine Verantwortung zu sagen, schaffen wir wirklich den Nährboden dafür zu schaffen, dass eben Elektromobilität massentauglich wird. Ich hoffe, dass das kommt, weil das wird die Zukunft definitiv sein, aber es wird, wie gesagt, viel, viel länger dauern, als ich glaube. Aber was der Musk macht, finde ich spannend, weil er so komplett eine Vision hat von einer Welt, in der er leben möchte oder in der er glaubt, dass wir leben sollen und er versucht, das wirklich in zwei, drei Segmenten konsequent umzusetzen, ohne Wenn und Aber, aber auch ohne diesen Druck zu haben, zu sagen, oh mein Gott, ich muss es am Ende nochmal liefern. Bei Tesla wird es wahrscheinlich irgendwann nochmal darum gehen, inwieweit ist der Hype der Substanz geschuldet oder ist das nur Hype, weil wenn man sich jetzt die fundamentalen Zahlen von Tesla ansieht, sind die jetzt nicht so wirtschaftlich, dass ich sagen müsste, das ist ein erfolgreiches Unternehmensstand 2020, aber wenn man die in die Zukunft schaut, wenn die weitermachen können, wenn die wirklich die nächsten Schritte machen, definitiv. Und ich glaube auch, dass das gut ist, weil solche Leute auch, sage ich einmal, in Industrien wie die Automobilindustrie andere hinter sich herziehen, also was gerade in der deutschen Automobilindustrie abgeht, gerade mit dem Druck, dass Elektromobilität wahrscheinlich in Zukunft mag sein wird und wir auf einmal anfangen, Großkonzerne wie Volkswagen, BMW, Mercedes, sich wirklich in Frage zu stellen, alles was eigentlich sehr erfolgreich gemacht hat, in Frage zu stellen, zu sagen, wir müssen neuen Weg gehen, wir müssen auch was riskieren, und das finde ich spannend. Letzte Frage, wenn man so optimistisch ist wie du und der festen Überzeugung ist, dass der Kapitalismus, sage ich mal, wie wir ihn kennen, sich verändern muss und auch verändert werden kann, dann soll es doch eigentlich auch ein Klack sein, die Werbung von ihrer Scheinheiligkeit zu befreien, was du ihr ja vorwürst, oder? Oh, ich bin ja, ich bin ja jetzt Rentner, also, Frührentner, ich bin ja Werbeveteran, deswegen ist das, man muss immer vorsichtig sein, als nicht aktiver, etwas zu sagen, wenn du aber ansiehst, wie Corona als Beschleuniger auch das Thema Marketing und Werbeindustrie und die, und wie soll ich sagen, das, was schon im Argen lag, mit einer Vehemenz an die Oberfläche bringt, ist die grundsätzliche Frage, kommt jetzt die Reaktion, die wir eigentlich schon seit zehn Jahren beide auf allen möglichen Podiumsdiskussionen diskutiert haben, nämlich, Kommunikationsdienstleistung so zu definieren, dass du wirklich Mehrwert schaffen kannst und nachweislich Mehrwert liefern kannst oder machen wir weiter, schummeln wir uns noch einmal fünf, sechs, sieben Jahre, dass das ja eh so weitergeht, dass es eigentlich nur darum geht, eine Idee irgendwie zu haben, als Kreativ-Clown und damit durchzukommen. Ich hoffe, ich hoffe für die Industrie, dass dieser Weckruf da ist und dass viele anfangen, wirklich über das Businessmodell Kommunikationsdienstleistung nachzudenken, dann haben wir natürlich eine Zukunft. Alles klar, Amir, unsere Zeit ist uns davongelaufen, sozusagen. Das ist ein unheimlich interessantes Gespräch, wie immer, einige Einsichten vermittelt worden. Ich sage jetzt mal Tschüss und Vielen Dank. Habt ihr da? Ich muss nach Imitz sagen. Mache ich. Danke.